Jo Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video geht es mal wieder um ein Systemtest und zwar diesmal werde ich alle Handmelder testen da jetzt einer umgezogen ist. Los geht's! So und dann würde ich sagen mache ich den ersten Zimmer auf. So und löst den aus und löst alle anderen gleichzeitig aus. So, jetzt gehen wir mal auf Kötchen. So, jetzt blinken ja alle Handmelder und ich habe insgesamt sieben Handmelder, das sieht man hier auch. Und zwar, man kann hier dann damit durchklicken und indem man hier durchklickt, kann man sich dann durch die einzelnen Melder durchklicken. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich die auch schon zurückgestellt die Melder. Heißt, wir gehen jetzt einmal runter. So und jetzt können wir hier rückstellen klicken. Wie gesagt, waren ja schon alle rückgestellt. Und ok. Und wunderbar, jetzt ist das Ganze wieder zurückgestellt. Hier sehen wir auch, Melder blinkt nicht mehr. So und sonst, hier Hausalarm war ja. Hat man ja auch gehört. Dann geht es jetzt wieder zurück nach oben. So und ja. Genau, wie wir sehen hier. Also wir sehen jetzt nochmal Normalbetrieb und das Datum, das muss aber noch angepasst werden. Ja, das war es auch schon wieder von diesem Systemtest. Ich hoffe, euch hat dieser Systemtest gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir das gerne mit einem Daumen hoch zeigen. Wenn ihr nur auf meinem Kanal seid, könnt ihr meinen Kanal abonnieren, um solche Videos nicht mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.